Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge vom lieben Euro Truck Simulator. Heute mal kein Dashcam Euro Truck. Dafür gibt es eine Battle Ausgabe. Ich schalte mal den Motor ein. So, habt ihr den Cedric noch lange nicht gesehen hier? Äh, zack. Weg damit. Zack, zack, zack. Ja, mein lieben Freund, es ist Winter. geworden. Ihr seht's ja bereits. Wir sind ja in Österreich, in Graz, oder ne, in Salzburg sind wir gerade, das sehe ich ja. Na wie? In Salzburg. Und gucken hier mal. Na, das Hotel hat mir noch gar nicht freigeschalten. Hola. So, das ist ein extremer Wintermod. Das bedeutet, diese extreme Wintermod, äh, das kann durchaus sein, möchte ich die richtig einparken. Okay, da bin ich ins Auto gekommen, das wollte ich nicht. Es kann durchaus sein, dass wir hier... ein wenig, ein schüttern geraten, beziehungsweise den Berg nicht hochkommen. Es ist Nacht. Und so hübsch. Schaut euch das an. Und ich habe hier, zack. Und hier, wie. Und jetzt kann ich hier rumfliegen. Ich habe die Flycam drin. Ich habe mir die mal geholt, äh, aus Empfehlung hier von, äh, meiner Spedition Gusagari Transporte. Und da mache ich mal ein hübsches Bild. Eventuell so. Zack. Und steig mit eins wieder ein. Korrekt. Dann schmeiße ich mal den Motor an. Mach das mal aus. Wohl, wie viel Geld habe ich? 1,4 Milliarden. Oh, sind das Millionen? Ne, Milliarden sind das, ne? Also mal gucken. Äh, ja, Milliarden. Ich bin ein Milliardär, so zu sagen, mit der Firma hier. Mit der Privatfirma. Wir gucken jetzt einfach mal. Okay, warum warten die? Dankeschön, dass ihr wartet. Auch darum wartet ihr. Ja. Ich habe mir schon, können wir ausmachen. Licht da mal an. Oh, Bremstest bestanden. Gibt es ja gar keine Firmen hier. Was fährt denn der? Stapelhorst. Dranzitz. Okay. Uiuiui. Wir haben grün. Ich fahr viel zu schnell. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Warte, warte, warte. Drehen wir hier nochmal um. Zack. Okay, eigentlich jetzt. Mal gucken. Wir fahren mal hier rein. So, hier sind wir rausgekommen. Wunderschöner Weihnachtsbaum. Hier gibt es gar nicht so viel. Wir fahren mal hier rein. Die Nagelgrub. Eingabe. Die Nagelgrub haben wir hier nach Bratislava. Oder doch. Kann man hier noch was auswählen. Nehme ich schon den. Bestätigen. Und ja. Bestätigen. Zack. Mal gucken. Ich müsste vielleicht auch mal ein bisschen besser fahren. So, zack. Jetzt können wir einlenken. Das schaut mal gut aus. Ja. 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 Ein bisschen rüber. Ja. Komm, komm, komm. Ja, super. So, was haben wir denn geladen. Wir haben Pittenkäse 18 Tonnen. Machen wir vorne noch Schaden drauf. Wir haben vorne noch Schaden drauf. Hier haben wir es mal hin. Am Ende. Ja. Mal kurz auf die Map gucken. Der Map. Hier ist eine Werkstatt. Erst zur Werkstatt. Ach, hier hinten ist das alles. Ja, Billfinger ist hier. Okay. Na, Billfinger habe ich letztens erst gesehen. Ja. Äh. Bei mir in der Gegend. Guck mal, er hat die Liftachse unten. Ja. Boah, wer ist da gefahren hier? Der ist noch gefahren. Gibt's doch nicht. Was ist das dort vorne? Mal mal Licht, äh, anmachen. Ja. Sieht man nicht so gut. Das sieht man nicht so gut. Die, äh. Oh. Pfff. 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 Gesundheit. Habe ich grün? Ja. Pfff. 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 Prac. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Pff. Pff. Eingabe. Wartung. Pff. Pff. 13.000 kosten mich das. Pff. Pff. je jetzt los so um also es wird mir kommt auch nix und los Ne, ist rot Letztes grün Vorsicht Ja, bei mir war noch grün Keine Strafe bekommen Ey Geht wohl los Was ist hier los? Das ist falsch hierüber Fängt da gut zu an, ja Schaden habe ich keinen, das ist gut Das kann nicht glatt, ja Gucken wir mal, was die Mapse anzubieten hat Was heißt, es ist ein Map, ist eigentlich keine Map Sondern nur eine Modifikation Na, ola, die Waldfee, schaut doch super aus Wir haben mal Tempomat auf 80 und los geht's Eine höher können wir noch stellen Ups, ist das dreispurig? Ich vertraue dem Ganzen nicht so Der Tank ist auch bald leer Auf tanken müssen wir auf jeden Fall Auf der Strecke Ist doch aber hübsch, oder? Ich konnte leider keine Girlande finden Die ich mir reinhängen konnte Ich habe extra noch eine Modifikation gesucht Nur leider ist es mich beschränkt Ich habe nämlich auf das Update 1.26 gewechselt Und kurz hat die Außenperspektive Eieiei Falsche Taste Falsche Taste Ah, hier klappt das gut An manchen Stellen Wird es wahrscheinlich doch aber auch haken Wir müssen gucken Wie wir das lösen So eine Kamera wollte ich haben Guckt euch mal diese Eiszapfen an Ja, mein Reifenprofil sieht man auch den Schnee Finde ich eine super Lösung Eine super Lösung Hinter mir ist irgendwie ein Auto Oder ein LKW Ich kann das da gar nicht einsehen gerade Muss ich hier irgendwie rüber? Nee, muss ich nicht Die Abfahrt ist ja überhaupt nicht geschoben Eieiei Immer ein bisschen Abstand halten Kommt ja was? Noch weit weg Hoppala Na hoppala Von der kant eine Abfahrt Aber die können wir geradeaus nehmen Oh, da ist wer Und ich war gar nicht richtig drüben Ah ja Wir müssen ja gar nicht hier raus Obwohl das Auto neben uns ist Ich glaube die Taste 6 war das rüber gucken Ah ja genau Ich müsste auch wieder so rüber gucken Ah ja ja Oder wenn ich da zweimal drauf drücke Oh nein Oh oh Huh Ich muss mich mein Lenkrad extra weggelegt hierfür Oh ja Berührt Nichts passiert Ich glaube ich blende doch ein Ist mir gerade ein bisschen riskant Aber auch hier Es hilft nicht so viel Also ich finde das gut Dass das ein bisschen minimiert wurde Nicht so grell wirkt Aber ich finde das coole hier im Singleplayer Dass die Leute die dir entgegenkommen Oh ja ist glatt Oh je je Dass die Leute die dir entgegenkommen Ein bisschen Licht zu begeben Aber das soll es auch erstmal gewesen sein Für diese Folge Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Wenn es wieder heißt Let's play Euro Truck Simulator Mit den Cedric Essos Und im Winter Paradies Bis dahin Tschüss